Was ist das, was wir für einen meiner Wettbewerbe ein Programm gesucht haben? Wir sind auf Busoni gekommen, als wir für einen meiner Wettbewerbe ein Programm gesucht haben. Und wir haben immer schon nach Stücken Ausschau gehalten, die noch nicht so oft gespielt worden sind und eher unbekannt sind, aber trotzdem besonders sind und auch eingängig sind. Ferruccio Busoni ist ein italienischer Komponist, der aber Großteil seines Lebens in Deutschland verbracht hatte. Er ist 1866 in Italien geboren, in der Toskana. Seine Eltern waren ein Klarinettist und eine Pianistin. Seine Mutter war Deutsche, der Vater war Italiener. Und dadurch ist auch irgendwie klar, warum er in seiner Jugend viele Stücke für Klarinett und Klavier komponiert hat, weil eben das waren die Instrumente, die zu Hause waren und das war das, was er täglich gehört hat, wie die Eltern üben. Nachdem er sich von seinen Eltern losgesagt hat, ist er nach Helsinki als Lehrer gereist und hat dann sein restliches Leben in Berlin verbracht, wo er dann auch gestorben ist. Wir hatten dann die Idee, alle Werke von Busoni einzuspielen und haben begonnen für Stücke Ausschau zu halten, die noch nicht verlegt worden sind und sind dann auch in der Staatsbibliothek zu Berlin auf drei weitere Werke Busonis gestoßen, nämlich das Stück und das Proludio und die Sonate. Damit war dann die Liste an Stücken für unsere CD komplett. Vielleicht eine Parallele zwischen dem Leben von Busoni und uns ist, dass bei uns war auch so, dass die Instrumente Klarinett und Klavier zu Hause waren. Bei uns waren die Eltern auch keine Profimusiker, aber sie haben das im Hobby mäßig betrieben und deswegen war das für uns auch klar, dass wir diese Instrumente lernen, weil sie waren zu Hause und das dürfte beim Busoni auch ähnlich gewesen sein. Das Klavier war zu Hause und damit war auch gleich für ihn klar wahrscheinlich, dass er dieses Instrument lernen wird. Busoni war ja, wie er seine Stücke geschrieben hat, wirklich sehr jung, also zwischen 9 bis 14 Jahre alt und ich glaube, was auch uns ziemlich anspricht bei den Stücken ist, er notiert noch nicht so detailliert und das gibt dann doch einen größeren Spielraum für uns als Interpreten, dass wir unsere Ideen und Kreativität einbringen können. Bei unserer Auswahl der Stücke haben wir natürlich viel Konzept dahinter, weil wir eben uns genau mit Stücken präsentieren wollen, die uns helfen, unsere Dinge auszudrücken, die wir ausdrücken wollen, beziehungsweise wir wollen auch zeigen, dass wir uns mit den Stücken auseinandersetzen und es ist vielleicht auch dieser Mut zum Experimentieren, den Busoni in seinen Kompositionen gezeigt hat, weil er auch orientiert sich an schon Dagewesenem, also er orientiert sich an sehr großen Vorbildern wie Schumann, Beethoven und viel auch von Bach hat er sich angeschaut und bei uns ist genauso, wir orientieren uns natürlich nach der Tradition, aber als junge Musiker haben wir irgendwie auch noch den Mut, dass wir unser eigenes Ding sozusagen durchziehen wollen und neue Sachen ausprobieren und die Stücke einfach so spielen, wie sie eben unser Zeitgeist sozusagen versteht und dabei kommt dann eben etwas Frisches, Neues heraus.